Und damit einen schönen 5. Dezember. Wir stehen kurz vor Nikolaus und bin mal gespannt, was wir heute in unseren beiden Kalendern finden. Wie gesagt, heute wieder ein kürzeres YouTube-Video bzw. kürzere Instagram-Stories. Meine Freundin und ich werden nachher noch in ein Möbelgeschäft gehen. Wir werden uns für unseren neuen Tisch noch neue Stühle kaufen. Aber jetzt erstmal schnell gucken, wo denn die 5 ist. Da ist die 2. Da unten ist die 5. Oh, ein ganz großes Teil sogar. Ho, ho, home for Christmas. Mini-Do-It-Yourself-Let-It-Snow. Schneekugeln basteln. Glas mit Schraubverschluss gut reinigen und trocknen. Figuren, zum Beispiel kleine Tierfiguren, Modellautos oder Mini-Weihnachtsbäume mit Sekundenkleber. Auf der Innenseite des Deckels befestigen, destilliertes Wasser und Kunstschnee in das Glas erfüllen. Ein paar Tropfen Babyöl oder Spülmittel dazugeben, damit der Schnee schön langsam fällt und nicht klumpt. Das Glas fest zuschrauben und den Flocken beim Tanzen zuschauen. Ja, das habe ich früher sogar als Kind selbst gebastelt. Das ist mir eine Mods-Gaudi. So, dann haben wir hier noch die Weihnachts-Checkliste. Die allergrößten Stiefel polieren und in den Hausflur stellen. Ich habe gar keine Stiefel, das ist ein bisschen problematisch, aber ist natürlich für den Brauchfellikel aus. So, dann gucken wir, was drin ist. Weil ich das nicht viel größer ist, kriege ich das auch leichter auf. Ah, es erscheint wieder sowas wie Popcorn oder Chips oder so zu sein. Ich kriege dich. Das Glas ist zwecklos. Ja, irgendwas Englisch ist entscheidend. Kartoffelchips zu sein. Trüffel- und Rosemary-Potato-Chips. Okay, da bin ich mal gespannt. Und ein Straußen-Mensch mit einem Trüffel drauf. Okay, bin ich gespannt, wie die schmecken. Meine Freundin und ich, wir lieben ja so Salt-and-Vinegar-Chips. Da sind wir ganz wild drauf. Vielleicht sind die ja auch so ein bisschen in die Richtung. So, aber da haben wir auch schon die fünf. Im Spirituose-Kalender. Und da bin ich mal gespannt, was diesmal sich da drin verwirkt. Und es scheint, nüden rum zu sein. Nee, was ist es? Wieder ein Gin. Okay, da bin ich gespannt, was unser Büchlein dazu sagt. Der Spruch, der auf der Begleitseite drauf ist, ist schon mal nicht schlecht. Lange Rede, kurzer Gin. Und da haben wir auch das Kärtchen. Ich öffne es gerade mal. Nicht so ausgesprochen, aber das ist jetzt mein Targaryen Flor de Sevilla Mediterranean Gin. Dieser Gin wird aus bittersüßen Orangen aus Sevilla hergestellt, die einen fruchtigen und pikanten Geschmack erschaffen. Dieser Geschmack des sonnendurchfluteten Mittelmeerraums resultiert in einem einzigartigen, genussvollen und doch komplexen Gin. Okay, da bin ich auch gespannt. Wieder ein weiterer Gin, den wir verkosten können. Machen wir vielleicht morgen. Ich habe mir relativ viel vor. Wir wollen, ja, weil morgen ist ja zum einen erst, äh, Entschuldigung, zweiter Advent. Und gleichzeitig ist morgen Nikolaus und, äh, die Mutter meiner Freundin hat noch Geburtstag. Alles an einem Tag. Wir werden da schön Raclette machen und so. Und, äh, deshalb werde ich auch kein allzu großes Video oder Story hier für euch machen können. Was ich aber dafür als kleines Nikolaus-Präsent mache. Ich habe ja vor einem Monat oder so, oder vielleicht auch eineinhalb Monaten, eine Roomtour exklusiv für Kanalmitglieder aufgenommen. Und die werde ich morgen für alle veröffentlichen. Dann könnt ihr alle mal sehen, wie die Wohnung zumindest mal vor einem Monat aussah. Und in ein paar Tagen, ups, jetzt fällt wieder ein Kupfer raus. Und in den kommenden Adventstürchen gibt es dann auch kleine Roomtours, tatsächlich durch die einzelnen Räume, die ich euch dann zeigen würde. Allerdings müssen wir dann noch ein klein bisschen was machen. Vorhänge aufziehen und solche Sachen. Aber ich bleibe mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und bis bald.